Sie weisen, Herr Lindner, in Ihrem Haushalt 16,6 Milliarden Euro Schulden aus und in Wirklichkeit sind es 87,5 Milliarden Euro Schulden. Wo ist denn da Bilanzwahrheit, Bilanzklarheit oder sonst was? Sie sind doch auch nur ein Darsteller. Sie haben doch gar keine Ahnung von Ihrer ganzen Geschichte. Die Ampel hat unsere Wirtschaft selbst ruiniert. Warum und wieso? Also, in dem die billige und preiswerte energetische Basis zerstört worden ist, ein Drittel unserer Firmen überlegt, in die USA abzuwandern. Kürzlich rühmten Sie sich, Herr Lindner, 22 Milliarden Euro an die Ukraine überwiesen zu haben. Eines der korruptesten Länder weltweit. Niemand weiß, wo das Geld in der Ukraine gelandet ist. Wo die Schrottpanzer gelandet sind, wissen wir. Die sind alle zerschossen. Das ist auch unser Geld gewesen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.